da in kanada an den einwohnern kanada ist da was sie für den massenmord begangen haben an den kindern ja ja lx der ist auch da mit der 1 ist auch 187 in der straßenwander ja ja der kommt auch aus hamburg ja ja das ist ja eben dann diese ok 666 ist meine auge hier noch verdeckt so und guck dir mal an das sieht sehr sehr schwarz aus ich weiß nicht ob er das mit absicht gemacht hat oder aber es ist sehr sehr ja durch solche organisationen wie unicef weltweit vertreten und nehmen dann die kinder von den von den armen leuten die halt nicht mehr darauf aufpassen können auf ihre kinder und sich das kind nicht leisten können und verschiffen die dann in europa und weltweit an die elite halt serviert diese kinder ja ja ich habe auch gehört weihnachten da machen die so wie wir eine ganz im ofen packen kannst du dir vorstellen was sie da lebendig da im rufen packen das ist für die ganz normal oder denn die wieder andere gesagt hat wenig ja ganz normal dieses symbolische hypothetische traubensaft trinken und pizza essen wo man ihn gefragt hat was rituale die man so macht was genau da machen da meint er so ja war so schweigsam konnte ich darauf antworten habe ich gesagt hypothetisch sag mal so hypothetisch er sagt der traubensaft trinken und pizza essen was soll man sich darunter vorstellen ist doch der wahnsinn da sind jetzt die band ja genau das ist die punk band die heißt es wissen die anderen wir haben jetzt ultra erfolg und die haben glaube ich nummer eins album und kummer ihre t-shirts alle bach von mit wir haben verkauft und satanismus ja ja du kannst du das einmal erklären mit andochrom adrenochrom ja genau ja adrenochrom die theorie würde ich jetzt nicht unbedingt weiter verfolgt es geht bei diesen eliten eben um um die die seele die da im blut ist die lebenskraft eines leben weder eines lebewesens die 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 dann halt zu sich nehmen und eben die stärke und die kraft und die seele also die lebenskraft des opfers auf sie übertragen wird man muss echt aufpassen was man die für bilder zeigt weil die melden ja gleich ein nichts zeigen die melden sich sofort einmal ein bisschen blut und ja mutter theresa genau sie war selber so involviert mutter theresa gute kontakte zum beispiel zu den rothels ja hier das deutsche supermodel hier ja die habe ich noch das center entlang von ist range genau kannst du mal dazu sagen bei der mutter theresa hatte kontakte zu den roten und auch sie wurde ja beschuldigt mit ihrer ganze truppe da dass sie halt in kinderhandel und so weiter verwickelt waren kannst du was zu diesem vorfall sagen wegen die katholiken was du noch mal meintest mit diesen ureinwohnern ja das weiß skandal vor kurzem da haben die ureinwohner eben strafanzlei erhoben gegen die katholische kirche weil die katholische kirche hat da in kanada da und die ureinwohner kann dass diese indios da ja die kinder eben reihenweise missbraucht und auch die kinder in europa verschifft und kinder ermordet das gibt's schon mehrere dokumentation liefen im fernsehen ja einfach eingeben dokumentationen katholische kirche missbrauch kanada und dann komme ich nun die ganzen dokus sexuelle kindesmissbrauch durch durch die nonnen durch die fahrer priester da auf einer großen skala das ist das also hier das ist der joachim schmidt wird joachim witt kennst du nicht der macht so neue deutsche welle musik ganz ganz erfolgreicher bekannter typ ja neue deutsche welle ja es ist ein bisschen so so mystisches wenn du willst so mystik schlager ja all diese ganzen einrichtungen für kinder ja genau jürgen trawato ja das sind alle drin nur die wenigsten können eben ihre geheime symbolik erkennen ja das ist eine ein konzert von anger fist das ist der thunderdome und da ist eben auch anger fist dabei ja sieht man überall die großen ungedrehten kreuze nur wie der satan so die ganze masse unter kontrolle hat die sind alle so am ende das ist so krank ja natürlich das ist das ist die hardcore technoszene sind alles illuminati childs die sind alle in so illuminati familie hineingeboren mit so bluttrinker bluttrinker familie und die wände eingesetzt als super djs und was weiß ich was ja hier auch ja da ist er mit dem riesen umgedrehten kreuz im hintergrund man siehst ja auch die maske und dann diese kapuze das ist ja schon wenn sie sich anziehen bei den ritualen kapuze und maske ja so tritt er ja immer auf dieser das ist der star der szene hier sieht man doch auch noch mal besser ja ja überall an auf dem konzert waren umgedreht kreuz überall als benutzt wenn das katholiken sehen und zum beispiel das ist ein bruder der petrus an petrus denkt das ist ein priester hier der mit der maske der ist leider eine predigt am halten ja wir lachen jetzt aber es könnte eventuell doch leute sein die dann sagen ja das ist auch ein bruder das ist nicht umgedreht kreuz täglich für satanismus ja enger fest katholischer priester jedes mal wochenende hält er predigt da kann man hingehen und hören die ganze katholische kirche ist voller voller hier auge im dreieck und umgedreht das ist egal man kann ja das tausendmal zeigen die raffens nicht die lieben halt die welt und ihre tradition und kultur das ist nichts anderes wie mit dem islam die leute kommen aus dem islamisch raus weil das ihre kultur ist ihre tradition dann guck mal da ist eine katholische priester mit einem umgedrehten petrus kreuz um um zu zeigen wie wichtig es ist katholik zu sein das wird man verloren und damit zeigte eben ein bild von sich damit man in die katholische kirche kommt und dem guten petrus kreuz auf der stirn trägt ja wie der eine war fahrer sich das umgedrehte kreuz da auf die dingster geknallt hat der ist ja auch katholik ja deswegen hat er das auch gemacht um ja so zeigen zu wem er gehört wer ist das hier und das sind auch so in reality ist das sind so leute wie provatos und hier big brother pro big brother in usa okay ja heftig es sind alle verloren die er der satan übernimmt ja komplett mit den freimauern die die welt die neue weltordnung wird kommen und die leute werden ins netz gehen leider die werden die entrückung verpassen manuell ist ja natürlich auch die underground untergrund rapper sind involviert deswegen wurde er auch so sauer als ich ihn bloß da öffentlich bloß gestellt habe er aber direkt wie er so das auge so das andere auge verdeckt und dann nur das meine augen er würde sich niemals trauen hier mit dir einen dialog zu führen der weiß dass er was will denn dialog führen mit mir ja also ich bin nicht drin was redest du resa das würde er niemals so machen weil er weiß du hast schon erwischt ja das ist die spanische schauspielerin die sind alle involviert alle die sagen ja immer alles hoffen alles hoffen ja aber es ist so heftig dass die ganze industrie es ist so heftig ne das ist es kann man sich gar nicht vorstellen ja daher metallica mit der gitarre wieder das ein auge verdeckt ganz unterfällig und hier der rechts der zeigt er diese satans hörner mit seiner hand satans gruß und james hetfield guckt ja gerade so nach oben zu diesem auge ja und breit also komplette hingabe siehst du das ein auge und hier sieht man auch geste ja 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 absolute satans leute absolute satans leute du hast ja mal diese einen band in love diese ein ich weiß jetzt nicht wie die heißen das war so eine rocker band die dann so masken tragen warte ich guck mal ganz kurz und beschreib das einmal weil ich meine oder slipknot oder was meinst du warte warte ja ja das sind die die sehen auch sehr düster aus die sind sehr 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 düster aus ich zeig dir mal das bild also man sieht das direkt hier ach so groß ja genau ja ja die machen ja überhaupt keine hehl daraus ne also die die kommen ja direkt aus dem ritual raus und dann kommen die sich fotografieren also wie bereist einigen wenn das ist so ja die breite meinte das ist alles kunst meinungs kunst und meinungsfreiheit alles anrichten kann ja ja wie weit kann sowas gehen mit dieser kunstfreiheit und sowie wie weit wollen die es noch treiben es ist doch schon jetzt am limit also ich meine wenn du im christlichen land in christlichen europa äh als sataniste auftrittst und die abgefallene passchristneid sich das anschaut und keine meinung dazu hat dann ist das sowieso schon frei der satan der stellt es den leuten vor die augen der abgefallene passchrist und lacht sie aus ne übernimmt der übernimmt ihn komplett mit seinen satanisten übernimmt die ganzen massen die abgefallen sind europa dessen sie ist auch dass sie fahre von den skandinavischen ländern alle ein kreuz haben auf der fahne aber schon liegend nicht stehend zur bestehenden kreuze norwegen und was weiß ich was die liege schon alle wir sind auf dem boden also dass kreuz schon gefallen das ist sowas von krank das sind alles hier katholische priester die petrus kreuze tragen und die kommen jetzt gleich eine eine gute predigt hat für die katholiken ein bischof von fünftriester er hat ja sogar diesen papst mütze darauf diese verkäufer mit auf dem kopf das ist sehr wichtig ohne diese eisverkäufer mit kannst du keine predigt du musst als verkündet haben da hast du wer die status wenn du diese mütze trägst dann bist du wer die priester nur der darf die bibel auslegen das ist sowas von kaputten sowas von kaputt würden die nur wissen was die wirklich machen glaubt es mir würden die das mit ihren eigenen augen sehen oder mit ihren eigenen leiber erfahren so wie du schon sagst wenn das wenn es den eigenen kindern angetan wird ja ja du hast du meine bilder bekommen wegen wegen diese freimaurerei hier in köln mit diesem was der freimaurer selber da geschrieben hat unter den kommentaren ja wenn jemand reinkommen möchte kann er gerne reinkommen und fragen stellen jetzt ja natürlich ist das kreuz also meist das umgedrehte kreuz so gar nicht ja ja wahnsinn was du da vorher wieder gezeigt dass neues krass was denn da was du davor eingeblendet hast das vorige bild von dieser geborene christinnen reich werden ja einfach fleißig sind und eine firma gründen und wir müssen aber eine sache darauf an das ist ja die frage ist warum sollten wir so erdische reichtum helfen man soll sich zu frieden geben sagt apostel paulus wenn uns wenn wir ein dach über den kopf haben und was zu essen soll uns das genügen klar aber ganz reich werden aber apostel paulus die die reich werden wollen die werden sich verstricken in vielerlei unangenehme dinge im leben genau dazu will ich gleich was sagen mein onkel hat gewissen reichtum aufgebaut er noch lang ist das war er halt das bild mal von dieser katholischen kirche dahin dann reden wir gleich wissen so weiter ja also mein onkel hat sich sehr viel also es ist viel paar millionen auf jeden fall arbeitet durch schulische bildung durch aber das anwalt auch aber die sache ist diese wenn du durch den normalen weg durch den geraden weg erfolgreich wirst du wirst kontaktiert irgendwann und dass man auch passiert mein onkel wurde kontaktiert von einer ich will es nicht freimaurer loge nennen aber es war eine freimaurer loge ähnliche institution er wurde von denen kontaktiert aber er hat gesagt er hat sich nicht dafür interessiert hat sich hat das in den müll geworfen wurde mir das erzählt hat ich habe ihn ausgefragt was damit auf sich hat und dann er meinte das auf ihrer broschüre also ich nehme an dass es eine broschüre war dass die damit geworben haben dass sehr viele prominente bei ihnen unter vertrag stehen sozusagen dass sie damit geworben haben aber er hat sich nicht dafür interessiert und das weg geworfen und ich habe gesagt wenn du noch höher aufsteigen solltest mit einer arbeit also noch reicher wirst dann werden irgendwann die wieder auf dich aufmerksam werden müssen nicht die gleichen sein aber andere institutionen werden auf den aufmerksam werden und werde ich sozusagen dazu drängen dass du bei dem mitglied wirst sonst werden sie die steine in den weg legen ja 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 so ist das und ja genau das bild im hintergrund papst also katholiken und auch dahinter diesen papst sind auch katholiken mit masken mit dem petruskreuz die eben alle gleich zu einem gottesdienst gehen das sieht ja wirklich aus ja genau die machen für bitte beginnen die gebete die sammeln auch ich verstehe also ich habe ich habe das thema bin ich schon mal durchgegangen oft also mit dem petrus kreuz und mir wurde es auch erklärt aber die sache ist diese ist denn der petrus für die sünden der menschheit gestorben oder war das der herr jesus deswegen frage ich immer warum preis denn dann das petrus kreuz das hat denn der petrus für dich gemacht hat der petrus sein leben gelassen in seinem blut für dich bezahlt nein warum hältst du dann das petrus kreuz hoch und drehst es um du verspottest ja eigentlich damit den herrn jesus christus irgendwo was ist irgendwo verspottet der herrn jesus christus damit irgendwie also was ist irgendwie punkt verspottet ja das sieht man wieder einen katholischen priester mit einer katholischen gesichtsbemahnung und dem petrus kreuz zeigt eben seine liebe für petrus mit dem petrus starb ich sehe das mit dem petrus starb ja genau verstehe ich auch wirklich nicht warum preist man denn das petrus kreuz der jesus christus derjenige war das leben für das ist nicht so wichtig nein 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 das möchte ich das petrus kreuz ist wichtiger ja das wahnsinn immer wenn man das ja preis sozusagen ist ein angriff aussehen wie heilig an andere fröhliche priester aus dem wahnsinn man sieht richtig ihre liebe für petrus in ihrer auswahlung ich sollte das nur kurz gesagt habe ich gehe wieder runter ok falls jemand rein möchte gottes segen aber wahnsinn echt wahnsinn diese atmosphäre auch diese atmosphäre hier ja sind halt katholiken ja verstehe da sieht man auch wieder weitere katholiken mit dem petrus kreuz und ja ja man muss sie einfach lassen das ist ja ja gut denn ich hören will der muss dann eben halt fühlen so ist jeder hat ja den freien wille zu entscheiden so sieht es aus jeder hat den freien wille jeder hat kanten frei entscheiden sie können sich einfach nicht vorstellen dass der jesus und der weg der erlösung etwas ganz anderes ist als dieses religiöse und die kirche gehen sonntags und sowas ja wenn sich das nicht vorstellen weil es ihnen auch einfach so gut geht hier in europa ja warum sollen die denn jetzt auf einmal ihre kultur und religion und was weiß ich was tradition verlassen warum warum soll man sich denn auf einmal das leben zur hölle machen hier auf der erde wegen jesus christus bruder wie heißt noch mal die band hier warte warte ganz kurz ich will ich will dir was zeigen ich will dir was zeigen das ist richtig heftig war da habe ich noch ein bild extra gemacht da habe ich schön extra noch ein bild gemacht hatte leider kann ich nicht alles zeigen hier muss ihr das machen da richtig gut das war überall ein plakat das war überall an den busseiten das ist ihre ihre was ist ihre lp oder was ihre cd die neue ja ja aber die ärzte sind ja so links angst und die sie sind ja sozial kritisch wir sind nicht so mit satan und hölle und so weiter verstehe das sieht man auch hier zum beispiel zeigen die uns dass das eben hölle satan dämonische übersessenheit die gar nicht interessiert das ist einfach nur die sind so politisch links eingestellt ja sowas von krank ja so recht das ist ja warum mögen orthodoxen katholiken nicht doch die mögen sich gegenseitig nur die hassen sich weil jeder sagt nur in meiner kirche ist das heil aber trotzdem lieben sie sich die machen sich sehr sehr gerne eins das habe ich auch gemerkt obwohl die eigentlich gegenseitig sich hassen machen sie sich trotzdem richtig eins wie einer mal reinkam ich spreche jetzt für die katholiken und die orthodoxen die beiden verteidige ich immer alles klar also um das klar zu stellen da fragt dich jemand warum sagt jeder warum sagst du zu joker dass ilia christ mehr sein kann dass sind ja kein christ mehr sein kann ja weil das wort gottes im hebräer brief sagt dass wenn jemand reingekommen ist und geschmeckt hat dann noch teilhaftig wurde heiligen geistes aber nicht versiegelt wohlgemerkt da steht teilhaftig erzähl doch mal dass er seine ganzen videos gelöscht hat dass der ilia natan live gegangen ist im live gesagt hat der jesus ist nicht gott ich habe nie daran geglaubt dass der jesus gott ist dass er live gegangen ist die bibel kritisiert hat und hat gesagt das ist unlogisch ja erzähl doch mal er hat alle seine ganzen videos seine 100 videos die er für den herrn jesus gemacht hat die hatte auf einmal alle gelöscht er hat den jesus christus geleugnet geleugnet er hat live in einen live stream die schahada ausgesprochen so ne so und dann drei monat später kommt er wieder genau und der brief sagt eben wenn jemand reingekommen ist aber dann abfällt so gibt es für ihn kein raum mehr zur busse kann nicht mehr zum busse erneuert werden weil er denn herrn jesus für sich selbst kreuzigt und zu schau stellt und es kann nur jemandem passieren abwand vom glauben denn nicht wiedergeboren war ja das ist hier der tage oder der heißt der rapper von der die abkürzung heißt kann die waren in zivil ja 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 wollte ich dir noch mal ein bild zeigen das suche ich gerade ja die denken man kann rein raus kommen kommt ist aber nicht so sehen dass petrus zum beispiel also den herrn verleugnet hat war das erst mal vor der kreuzigung des herrn vor der auferstehung vor der himmelfahrt vor dem ausgießung des heiligen geistes in die geschichte 2 zu pfingsten also vorher vor der vorab aus geschichte 2 konnte keiner wiedergeboren werden wohl nur teilhaftig sein und man konnte auch vom glauben abfallen das deswegen weil er akzeptiert muss immer vorsteller geboren war und der redet die leistungsweise sie und der oder weil er ist zu dem zeit und heilsgeschichtlich noch nicht wiedergeboren werden konnte hatte den herrn verleugnet und aber auch unter welchen umständen unter lebensgefahr also das war jetzt nicht einfach so dass seine frau irgendwie weggegangen ist und nicht wegen so billigen grünen sondern wegen lebensgefahr hatte angst um sein leben gehabt das ist wenn jemand die messer um den hals und einen anderen halbzeit nur sei entweder jesus oder tot ja jesus und da hat er den herrn verleugnet natürlich weil er nicht wiedergeboren war ja genau die schlange die dein kind frisst du musst dir mal vorstellen der geht live redet schlecht über dich aber selber den herrn ins gesicht gespuckt den herrn verleugnet öffentlich die schahada ausgesprochen öffentlich gesagt es ist nicht gott den urtext der bibel angegriffen das wort gottes angegriffen ich kann doch nicht einfach rein kommt leute ich kann doch nicht rein kommt da ein kind da ein kind also sagen wir mal für meine frau mein kind den herrn ins gesicht spucken und sagen tut mir leid her aber es geht jetzt um meine frau und die frau ist jetzt wichtiger als so nein wenn meine frau mich verlässt dann tschüss dann geh ich werde den herrn nicht verlassen es geht nicht nur darum stell dir mal vor ich lösche alle meine videos auf einmal mache ich islamische videos und greift die bibel an dieser mann hat selber gesagt ich habe nie geglaubt er hat es öffentlich live vor mehreren hunderten zuschauern gesagt also öffentlich auch noch die bibel also den urtext der bibel angegriffen hat haben ja viele christen eben zweifel bekommen an an dem herrn und einige muslime die zum herrn gekommen waren aber auch wieder nicht wieder geboren war aber trotzdem und beide leute und die sind wieder abgefallen durch den durch ihn die sind wieder zum islam zurückgekehrt weißt du noch den der bei uns drin war er hat ja selber pass mal auf er hat ist live gegangen und hat gesagt hier trinität und vaters sohn heiliger geist hühner kacke sagt er so ne hühner kacke da steht nirgendwo drin und dann kritisiert er den urtext ergreift den urtext an ergreift die trinitäts lehrer an ne musst du dir mal vorstellen er war live und hat gesagt es steht nirgendwo drin die trinität und hat das richtig angegriffen hat den urtext angegriffen hat den johannes brief angegriffen hat dann irgendwie mal schluss im urtext angegriffen warte dann hat er noch gesagt dann hat er gesagt im live stream ich bin apostel paulus hat er gesagt ich bin apostel paulus und dann zwei drei wochen später ist der denn in der psychiatrie gelandet dann habe ich mit jemandem geredet und er weiter jeremy ist wie in die psychiatrie eingewiesen worden ist hässlich ne und dann habe ich nie wieder was von ihm gehört hast du ihn live gesehen ich habe ihn tiktok nicht gesehen facebook nicht gesehen instagram nicht gesehen hat auf einmal in der psychiatrie gelandet das sind viele viele nicht wieder geboren die aber trotzdem reingekommen sind und wenn die abfallen dann ist es vorbei mit denen es ist so gefährlich und damit spielen die meisten leute und das ist die verstehen nicht womit wieder spielen ich bin mit dem allmächtigen gott ihre spielchen ja und sind sich über die konsequenz nicht bewusst ich verstehe das auch nicht ich gehe da habe ich auch von meiner welt raus zu einem gott einfach so lavifari mit iron man dass auch das jesus christus der moment der im anfang des films dann ist also ein terroranschlag auf ihn da stirbt er symbolisch ja steht auf und hat so ein loch in seiner brust das ist eben diese loch von der römischen soldaten mit der lanze der eben in das herz gestochen wurde des herrn am kreuz und deswegen hatte da so ein loch in seiner brust und zwei löcher in seinen händen und aus all diese drei löcher kommen nicht raus ja aber warte mal jetzt muss noch mal beschreiben die farbe rot und gold ja ja genau rot und auch bisschen leulich sie ist ja in der hand der rot blau immer das sind die farben des 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 trachtes des hohepriesters das ist nach hebräer brief der hohe priester nach der weise melchische sedex das ist der jesus christus noch mal den leuten was hier guck mal hier auch genau das gleiche gold und guck mal hier der blick und ich sah den satan wie ein blitz vom himmel fallen genau und dann haben wir auch die rune schazam das set ist eine rune ich darf das wort von dieser rune aber wie jetzt wie diese rune heiß darf ich jetzt nicht sagen wahrscheinlich sonst genau ein problem ja genau der spiderman kommt auch noch hier kannst du noch mal die geste hier sehen hier kannst du auch noch mal die gehen ja genau blau und rot die farbe der freimauerei aber auch nicht mehr und der sache und der satans groß genau sind alles jesus christus erlöser fakes jetzt diese leute anstelle des herrn jesus christus so falsche erlöser falsche retter der menschheit und wir haben wenn du zum beispiel spiderman angust die haben zwei jahre zwei alias einmal ist der ja der spiderman der unbesiegbare der die menschheit rettet und super kräfte hat das ist der jesus in seiner gott wirklichen natur und einerseits hatte ein auf der anderen seite ist der ein ganz ganz friedliche junge der sich schlagen lässt und es ist schwach ist und das ist eben spiderman mit seinen zwei alias genauso wie bei superman es ist immer dasselbe super man hat zwei alias einmal gott stark ja gott zu kommen und andererseits der schwache mensch der eben sehr friedlich ist und sie schlagen lässt ja genau rot und blau ja und dann sieht man ja auch diese form hier resa das ist sieht aus wie eine schlange die fliege noch vorhanden der sich an stelle des jesus christus selbst als das erste satan dann sehen wir hier noch die schlange und dann wieder die gleiche farbe rot blau schuldig ja auch die christen die lachen hier drin weil wir euer weltbild angreifen die meisten haben ja auch sehr viele der bilder guck mal hier das gleiche wieder rot blau rot 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 blau und guck mal hier was er hier hat das auge genau das gleiche wie hier auch hier sieht man das klar ganz klein das auge hier alle rot und blau genau und wir haben ja gibt mal ein tor gibt mal ein die die gottheit toren oder die mal ein tor dem mit den hammer deswegen hatte auch hier warte das gebe ich einmal an ein hier 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 ab haben wir auch schon den Baphometen dabei mit Thor. Aber eben auch dieser rote Umhang, den die Soldaten dem Herrn Jesus umgebunden haben und ihn verspottet haben. Das tragen die auch alle, weil sie alles falsche Jesus-Erlöser sind. Der Satan setzt sich immer wieder mit solchen Superhelden anstelle des Herrn Jesus Christus. Das raffen die Leute nicht. Nee, das raffen die nicht. Weil sie eben nicht den Heiligen Geist haben. Ja. Und weil sie die Welt lieben. Leider. Ja, leider gehen diese Leute verloren. Leider. Man kann nur beten für diese Menschen, die ihr Herz von nicht verhärtet haben. Mehr kann man nicht nur beten. Ja. Ja, die Menschen, die haben schwer, die haben ihre Gewohnheiten, die haben ihr Weltbild, ihr weltliches Leben. Die sind zufrieden, möchten jetzt nichts ändern am besten. So lauwarme Christen gibt es auch sehr, sehr, sehr viele. Na, die haben die so, ja, ich habe den Herrn, das genügt. Und das war's. Der einzige Satz war nur einmal, ich habe den Herrn, also ich habe Jesus akzeptiert und dann völlig komplett weltliches Leben, Bibel, verstaubt, nie geöffnet. Und da fängt das schon an. Ja. Einer hat mir zum Beispiel gesagt, kann ich Christ sein und die Bibel nie lesen. Und ich denke mir so, wie soll das denn jetzt funktionieren? Du willst Gott das Wort nicht hören, aber du willst ein Nachfolger sein, oder wie? Ja. Theoretisch, wenn man wiedergeboren wird, man hat ja keine Ahnung von der Bibel. Man hört das Wort Gottes und dann setzt es, wenn man auf einmal daran glaubt und zum Herrn Jesus kommt, dann hat man erst mal gar keine Ahnung, wie so ein Baby das neu geboren ist. Theoretisch, wenn man da stirbt, ohne Ahnung vom Wort Gottes zu haben, und klar, man ist errettet, aber dass man im Laufe seines Lebens nicht ein Interesse für das Wort Gottes entwickelt und wiedergeboren ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Jemand schreibt mir, die ersten Christen hatten doch auch keine Bibel. Mein Lieber, die Manuskripte, die Schriften gab es nicht. Waren die außer nichts? 397 nach Christus auf einmal entstanden, die ganzen Manuskripte, oder wurden die eingesammelt? Die ersten Gemeinden, also Korinth und so weiter, die eben erst ein paar Jahrzehnte direkt nach dem Tod des Herrn Jesus entstanden sind. Natürlich, die hatten ja die ganzen Schriften des Alten Testaments, und da ist es ja alles, alles ist ja drin in dem Alten Testament. Es steht ja alles drin über den Herrn Jesus Christus. Und Paulus hat doch geschrieben, Petrus hat auch Briefe geschrieben. Wir haben doch alle geschrieben, die Manuskripte, die waren ja da. Die sind ja Urtexte der Bibel. Die einzelnen Manuskripten, es gibt ja, was mich lügen, 10.000 Manuskripte in Griechisch, 9.500 in Latein, 10.000, ganz andere Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, und, und, und. Also, die verleugnen einfach solche Schriften und sagen, hier drunter 97.0 Christus, da kamen sie eben so ein Papst, Hippo, der hat sich auch mal lügen. Harry Potter ist auch ein Jesus Christus Erlöser, das Kind, der Sohn, der geboren wird, der eben höhere Kräfte hat. Aber natürlich wiederum eine Verdrehung ist da drin, weil das eben ein okkulter Junge ist, der eben durch Zauberei und Okkultismus eben höhere Kräfte hat. Und genau das ist ja das, was die Juden dem Herrn Jesus vorgeworfen haben, dass er ja so ein Zauberer wäre und mit Dämonen und mit Satan selbst in Kontakt stehen würde und diese Wundertaten vollbringen würde. Genau, ja, wie Harry Potter ist das. Genau, genau. Und deswegen hat auch Harry Potter eben diese Blitz als, ja, als so eine Art Narbe über seine Stirn. Er hat auch wieder die Rune über seinen Stirn. Das ist eben der Antichrist, der den Herrn Jesus kopiert. Aber das ist zu hoch für die meisten ist das so hoch. Ja. Die meisten Leute brauchen auch erstmal eine App zum Scheißen gehen, also das können die nicht scheißen. Ohne eine App für Scheißen können die Leute nicht leben. Normalerweise, sie brauchen auch eine App zum Kacken. Und dann erzähle ich denen die größten Geheimnisse dieser Weltzeit. Ja, es ist traurig, dass die Leute das vor den Augen bekommen und trotzdem lachen die darüber. Trotzdem spotten die darüber. Ja, wenn man zum Beispiel hingehen würde und die ganzen Jugendlichen nach etwas befragen würde, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie 99 Prozent der Jugendlichen sind so dermaßen dumm. Dumm gereicht auch, ne? Die Eltern haben gar keine Lust, sie zu erziehen. Die Eltern sind selber in den Diskos am Tanzen. Aber du merkst auch, wie gewalttätig die Jugendlichen sind. Total mit Messer, Todesschläger, Fässer. das ist politiv auch in ihrer Aussprache. Ja. Total, also verdreht, rollig, asozial. Sehr viel. Kann das weg so mehr. Wir leben in einer Zeit, wo Kinder sich verhalten, es ist unfassbar, Resa, es ist unfassbar. Wir leben in einer ganz, ganz schlimmen Zeit. Aber die Menschen, wie du schon sagst, die sind verblendet. Ein normaler Mensch, ein gesunder Mensch würde sagen, ey, warte mal, hier passiert gerade was mit den Kindern. Die Kinder, zu meiner Zeit, vor 40 Jahren, da haben die Kinder nicht Messer gehabt und haben zugestochen. Da hatten die Kinder nicht jemanden aus, einen Opa ausgeraubt und haben ihn halb tot geprügelt. Die Zeit ist, was ist los, weißt du? Ja. Ja, also das ist ja das, was Apostel Paulus in 2. Korinther 3 meint, dass in spätere Zeiten schlimme Zeiten kommen werden und das Wort schlimm auf Griechisch heißt ja dasselbe wie bei dem besessenen Gardarena, also Dämon, dämonisch. Also eine Zeit, wo Dämonen wüten werden. Und in dieser Zeit leben wir eben. Ja, Gottes Segen, hallo. Hallo, Gottes Segen. Hast du eine Frage? Andere Frage? Nein, habe ich nicht. Warum bist du denn hier drin? Ich will so den Text lustig. Satan sei Gott der Welt. Was bist du denn? An was glaubst du denn? Ich bin ein Christ. Bist du orthodox? Weil dein Kreuzzeichen ist ein orthodoxisches Zeichen. Ja. Da ist der orthodoxische Priester mit den zwei Schlangen. Wenn du orthodox bist, ich hätte mal eine Frage. Kennst du dich eigentlich mit deiner Orthodoxie an sich aus? Haltwürdig, also nicht ganz. Wissen. Fangen wir mal an, das liest du die Bibel? Ja, aber ich habe die jetzt nicht studiert oder so, ne? Also nein, also die Bibel an sich jetzt nicht, wie ich jetzt, also ich sage mal, wie lange bist du in orthodox? Weiß. Zwei Jahre. Eigentlich mal die ganze Leben lang. Nur richtig bei zwei Jahren. Und in den zwei Jahren hast du viel Bibel gelesen, wo dann so geht? Geht. Ich empfehle dir wirklich, die Bibel zu lesen. Also auf ernst sogar, die Bibel, alle Fragen, die du hast in deinem ganzen Leben, die wird dir nur in der Bibel beantwortet, weil das Gottes Wort ist. Ich empfehle dir, ich würde nicht irgendwelche Kirchen an, sondern schau dir an, was die Schrift bleibt. Ich weiß. Ich habe ja schon mal die Bibel durchgelesen, nur habe mir halt nicht alles gemerkt. Ach, hast du erste Mose, bis zur Offenbarung durchgelesen? Ja. Die orthodox Bibel? Die berührt auf Russisch. Die habe ich gelesen. Ah, du meinst mit den Apokryphen? Ja. Okay, du meinst auch, weil orthodoxe haben ja noch mehr Apokryphen drin, also, beziehungsweise, die haben ja wirklich so noch so, dass ich nicht lügen, Clemens Evangelium und irgendwie so hat noch drin, äh, oder wie die auch heißen. Ich kenne jetzt alle Namen da nicht auswendig, die haben noch im Neuen Testament noch gewisse Apokryphen drin, mehr als 27 Bücher. Richtig? Also, das genau. Also, Apokryphen sind ja so hinzugefügte Bücher. Apokryph bedeutet ja verborgen, ne, auf Deutsch übersetzt. Und das sind Bücher, die nicht zu der Schrift gehören. Die wurden einfach hinzugefügt. Weil gewisse Menschen denken, das hat einfach seine Richtigkeit und mehr wie schon, so besser ist es. Nur, wie die auch alle heißen mögen, wie das Petrus Evangelium, was nie gegeben hat, oder Judas Evangelium, was nie gegeben hat, Barnabas Evangelium, was nie gegeben hat, Nicodemus Evangelium, was nie gegeben hat. Das sind Apokryphen. Aber man sagt auch, Pseudokryphen bedeutet, kann jeder sogar nachgucken, wenn das Wort, die Definition Pseudokryph bedeutet, jemand schreibt ein Buch unter falschen Autor. Die haben sich für jemanden ausgegeben, die schon lange, lange tot sind, die auch gar nicht sind. Also sowas wie die falsche Bibel. Genau, genau. Beispiel die Codebemus Evangelium. Du musst nur die Datierung anschauen, Historik. Na, und wann wurde das geschrieben? Dann sagen wir sogar, in den, den Jahrhundert nach Christus sogar. Nein, natürlich. Und, ja, Nicodemus war doch schon längst tot. Das wird doch schon gar nicht mathematisch mehr passen, wenn zwei, dreihundert oder vierhundert Jahre später auf einmal ein Nicodemus Evangelium aus der nichts auftaucht. Geht ja gar nicht, da war er ja schon längst tot. Na, weil er jetzt halt Jesus schon am Leben und ganz, ganz alt. Na, mal nebenbei gesagt, Nicodemus war ein Großgelehrter, äh, der Pharisäern und ist zum Glauben gekommen, laut Johannes Kapitel 3 und der war ja schon ganz, ganz, ganz alt und jetzt zwei, dreihundert Jahre später auf einmal kommt ein Evangelium, was erst ab da datiert worden sind. Ja, das sind Zolle Grüfen, so nennt man die. Na, kann man eigentlich ganz schön nachgugeln, das ist eigentlich gar nicht schwer wirkt, das ist, die machen auch kein Geheimnis draus, nur die wollen einfach nur, also die Kirchen generell, sind sehr geneigt, so mehr Bücher und so besser ist es. Na, die, die wollen einfach, dass die Bibel nicht aufhört, die wollen es weiter sehen. Na, und ich empfehle wirklich, ganz nüchtern, die Bibel zu lösen, ganz nüchtern, den Herrn zu fragen, wer der ist, natürlich im Gebet, na, und zwar, wer willst du, ich will dich suchen, wer sucht, der Finder schick geschrieben. Ich hoffe einfach, ob das also die Bibel, bald. Noch mal deine Frage, bitte. Nee, keine Frage, ich sage einfach, ich kaufe mir bald die Bibel, das Wort Gottes, und man lese ich mir das durch. Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu lesen, aber auch beten, das beten darf man nicht vernachlässigen, ja, sehr, sehr wichtig. Frage, wirklich Gott, wer der ist, das habe ich auch damals getan, als, äh, Katholik, sogar strenggläubiger Katholik, und, der Herr, hat mir den Weg gezeigt, der Herr hat es mir gezeigt, und, ich habe es dann angenommen, und das würde ich dir auch empfehlen, mit einem Gebet kann man sehr, sehr viel erreichen, auch zwei, drei Gebete, nicht nachlässig werden. Wer sucht, der Finder schick geschrieben, wir klopfen den Weg geöffnet. Ich bin mit Tradition aufgewachsen, also, dass du verstehst, was ich meine, ich komme selber aus einer Familie, mit, äh, eine katholische Tradition, du kannst bestimmt aus einer Familie, mit einer orthodoxischen Tradition, richtig? Ja, halbwegs. 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 Verstehe. Ja, und, ähm, genau, das ist es. Man muss hinterfragen, man muss alles hinterfragen, weil, Menschen können sich irren, so wie ich mich auch irren kann, und dessen prüfe immer alles, prüfe es anhand der Bibel natürlich, anhand der Schrift, lösen die Bibel ganz nicht an, und du wirst schon die Antwort finden. Da bin ich mir ganz sicher, wer sucht, der wird zu 100% finden. Der Herr weist sich nicht ab. Na? Hast du da noch eine Frage? Ja. Nee, eigentlich nicht, ich habe keine Frage mehr. Na gut. Nee, ich habe eine persönliche Frage. Guck mal, dich kenne ich, glaube ich, von den anderen Lives. Meinst du mich, oder meinst du jetzt Reza, mich? Ja, von, von, äh, Muslimdebatten, glaube ich, ne? Ja, ich habe mal mit den Muslimen, mit den einen oder anderen Muslimen mal geredet, das stimmt, ja, aber mehr habe ich Katholiken im Visier gehabt und orthodoxen. Bruder Reza? Ja? Ich muss dir was zeigen. Ja. Ja, aber ich will, bevor du das machst, kannst du dem guten Mann hier, der jetzt neu dazugekommen ist, äh, erklären, warum Satan, der Gott der Welt ist, anhand der Bibel, 2. Korinther 4, Vers 4. Kannst du ihm das mal vorlesen? Kannst du das, ja, ich lese einmal vor, dann kannst du das erklären. Warte. Also im Russisch erklären, einfach dem das vorlesen, damit er weiß, dass, dass das in der Bibel steht. Der Satan, der Gott der Welt ist. Und er hat sich gewundert. Der 2. Korinther, was? 4, Vers 4. Der Gott der Welt ist? Ja. Kannst du das? Lies die Bibel vor, dann wird einiges an Erkenntnis kommen, bevor wir überhaupt irgendwas erklären. Die Bibel spricht wirklich klare Worte. Also ich habe jetzt hier 2. Korinther 4, Vers 4. Ja. Ja, hier steht, bei den Ungläubigen, denen Gott in der Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchten, welche Gottes Ebenbild ist. Ne? Ja, genau. Wer hat die Sinne der Menschen verblendet, damit sie das helle Licht des Evangeliums von Jesus Christus nicht sehen können? Das ist der Satan. Ja, aber was steht da in dem Vers, wer das ist? Einen Moment. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, denen die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das... Also wer hat den Menschen die Sinne verblendet? Luzifer. Ja, aber was steht in dem Vers? Was sagt der Vers, wer das gemacht hat? Der Gott dieser Welt. Hast du es gehört? Was habe ich gehört? Ich wollte noch auch einen anderen Vers vorlesen. Nein, 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 warte mal. Hast du das gehört gerade, 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Gott dieser Welt der Satan ist, denn ich möchte, dass die Leute das Licht des Evangeliums von Jesus Christus sehen? Was heißt das? Was soll das heißen? Dass der Satan, der Gott dieser Welt ist und die Sinne der Menschen so verführt, verblendet, dass sie den Herrn Jesus Christus nicht erkennen sollen, damit sie in die Hölle gehen. Also viele Verführungen gibt es auf dieser Erde. Der Gott dieser Welt ist Satan. Hast du gerade gehört, ne? Ich habe nicht ganz zugehört. Liest du bitte noch einmal langsam, lieber Bruder? Ja. Ja, im Moment. Liest du es einmal vor, weil ich muss jetzt wirklich gehen. Ja. 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 So, jetzt lese ich nochmal. Dann kannst du es ja auch selber lesen, wenn du möchtest. 2. Korinther 4, Vers 4. Bei den Ungläubigen, Moment. bei den Ungläubigen, denen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Ja. Das ist so. Der Satan wird hier Gott dieser Welt sein genannt. Wenn du wieder geboren werden solltest und den Heiligen Geist empfängst und der Welt abstirbst, dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Dann siehst du, wie der Satan diese Welt in den Fängen hat. Aber dazu musst du wieder geboren werden und den Heiligen Geist empfangen. Sonst kannst du es nicht erkennen. Wo ich sehe es hin. Ja. Einer Kommentar hat ja mich was gefragt. Warum gibt es Menschen, die nennen sich messianische Juden und zum Beispiel, wenn sie schon Christus erkannt haben, wieso nennen sie sich auch noch Juden? Weil Juden ist nicht nur einfach so eine Glaubensrichtung, sondern Juden ist, wenn du aus Israel beispielsweise als zwölf Stämme kommst, Stamm Judäa als Beispiel und wenn Leute den Herrn angenommen haben als Israelit, die nennen sich gerne auch dann messianischer Jude, weil das Wort messia also bedeutet ja geseibter auf hebräisch und Christus ist griechisch und bedeutet es auch geseibter. Wir sind kleine geseibter und das ist dasselbe Wort nur auf hebräisch. Der nennt sich also Christ nur auf hebräisch. Das ist genau das Gleiche. Ja. Ja, okay, dann tue ich mal den orthodoxen raus, wünsche dir noch Gottes Segen. Gott segne dich. Du musst wieder geboren werden. Du musst von neu geboren werden. wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. Das nützt dir nicht, orthodox zu werden oder Katholik oder Zeugen Jehovas. Die sind alle verloren. Du musst eine echte Begegnung zu Herrn Jesus. Diese Aufklärung, wo ich, guck mal, dieses Video festgehalten habe, hier, bei zwei Minuten, 46, und guck mal, wo du das eine Video mal gemacht hast. Ja, Mann gegen Mann. In diesem Video propagieren die Homosexualität, ne? Ja. Kannst du es einmal aufklären? Ach so, genau. Noch mal zurück zu den messianischen Juden. Die messianischen Juden sind auch alle falsche 50er. Sie halten den Sabbat, sie leugnen die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Da ist jetzt zum Beispiel dieser Arnold Fruchtenbaum, dieser Haufen, der auch Bücher schreibt und diese ganzen messianischen Juden verführt. Der leugnet die Gottheit des Herrn Jesus, beziehungsweise die Trinität. Ihr könnt das ja selber hier screenshotten und selber sehen. Rammstein, Mann gegen Mann, hier ab, zwei Minuten, 46. Screenshot das und spielt das selber, weil ich werde sonst gesperrt. Wenn messianische Juden sowas halten, dann sind das auf jeden Fall falsche, auf jeden Fall, wie Riesa gesagt, falsche 50er. Ich kannte nur einen, der hat sich nur messianischer Juden genannt, der hat diese Sachen nicht, aber wenn es welche solche gibt und sowas praktizieren, dann ist das nicht wichtig. Ja, wir haben ja hier ein riesiges Jesushaus und da kommen ja samstags, also zu Sabbat, die messianischen Juden. Nein, das ist nicht richtig. Sabbatheiten, unser Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6 hat schon alles erklärt, dass wir befreit sind von dem Alten Testament mit dem alten Bund, was nur für Israel galt. Also Sabbatheiten ist ja dann halt und direkt das ganze Gesetz. Für was ist Jesus geschommen? Weil die Juden sind und Probleme haben mit der Trinität. Die sind nicht wahrhaftig wiedergeboren und sind immer noch in diesem traditionellen Judentum behaften, dass Gott nicht dreieinig ist. Das war's. Und dazu muss man noch sagen, obwohl der dreieinige Gott in der Tora zu finden ist bereits. Resa, kannst du auch mal was dazu sagen für die Juden? Ja, das ist ja einer der bekanntesten Rapper in Deutschland. Das ist so ein Jude und aber auch ein ganz heftiger Satanskind, der auch eben ständig in seinen Liedern von Kannibalismus, Blut trinken und so weiter redet. Und in seinem neuesten Werk, das geht 33 Minuten nach dem höchsten Rat, also nach dem höchsten Grad der Freimaurerei. Ja. Der heißt San Diego, dieser Rapper. Und da da zeigt er eben seine Einweihung in die Satanssekte, wo die dann halt wo der runtergeht in so einen geheimen Raum, wo die Satanisten in Roben guten auf ihn warten und dann unterschreibt er eben den Vertrag für Erfolg und Reichtum mit ihm in seinem eigenen Blut. Und dann trinkt er eben aus dem Glas Blut mit denen zusammen. Apokalyptik, wie heißt sein Werk? Irgendwas mit Apokalypse. Könnt ihr euch angucken. Und dann eben, da seht ihr auch immer wieder, dass er diesen Stern des Remphan, den Antichristen-Stern benutzt, den sogenannten David-Stern. Das ist eigentlich 666 symbolisiert. Also ist dir aufgefallen, dass in letzter Zeit Rapper, andere Rapper parodieren im Sinne von denen, dass sie ihren Rap-Stil nachmachen. Also die fangen dann an zu rappen und parodieren einen anderen Rapper und auf einmal haben die die genau gleiche Stimme wie der. Hast du es schon gesehen? Nein, das habe ich noch nicht bemerkt. Das ist Wahnsinn. Denn ihr weißt noch, wo wir mit diesem einen dieser, der Blonde damit, der Blonde hat er ja, 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 das ist ein Kandidat und da habe ich mir gedacht, okay, kann ja sein, dass der eventuell ein Talent hat für Stimmen nachmachen und so, der imitiert ja jeden Rapper, perfekt die Stimme nach, aber dann habe ich das gesehen, das ist ein Kollege, das macht ja genau der Lidl Rapper, da schreibt seiner, dann habe ich gesehen, dass das der Kollege macht und der Asche und dass das einige Leute machen und dann habe ich mir die Frage gestellt, was steckt denn dahinter, ist ja nicht normal, dass du auf einmal so eine Stimme perfekt imitieren kannst, also wer steckt denn dahinter? Ja, da muss man mal staunen, ich habe, ich kenne dieses Phänomen noch nicht, zu dem Bild hier im Hintergrund, perfekt deine Stimme so imitieren, perfekt, ja, es ist ein Dämonisch, absolut, da ist ein Geist, ja, natürlich, der Geist ist, dass er die Musik macht, ja, und wir wissen, dass die Dämonen eben die Stimmen gut nachmachen können, die haben die, die haben diese Macht, ja, und das ist die Band, die Antwort in Südafrika, die sind die größten in Südafrika, sehr, sehr, sehr bekannt und erfolgreich in der ADM-Szene, und da sieht man eben den Satanspriester mit dem Ziegenbockkopf in Robe gekleidet und auch hier die Antwort, das Mädchen, die Sängerin mit der Ein-Auge-Geste. Die Jolandi ist das. Jolandi, ja, genau, Jolandi. Und, Bruder Dennis, kannst du mal die Antwort, die Platte von den Intention, Tension, das Plattencover kurz zeigen, ich hoffe nur, dass das nicht gesperrt wird. Warte mal ganz kurz, ich muss erst mal gucken, wie heißen die Antwort, ne? Die Antwort? Die krankste Disco, was weiß ich, was das ist, was ich gesehen habe bis jetzt. Wie heißen die? Die Antwort. Die Antwort und die Platte heißt Tension, Tension mit S. Was in dieser Techno-Szene los, ist das wirklich nicht nur mal. Ja, auch die Stars, der Grund hat Elektronik Dance Music sind alle, alle Hartkos-Ultanisten, die in diesem ganz besonders sogar die, ganz besonders die. In allen, in allen muss ich damit, der Seite zu helfen. Erwarte mal, ich kann, ich kann, das einige sein. Habe ich mir schon gedacht, dass es zu heftig ist, ich kenne die. Ja, ich muss das Geschnittene zeigen, weil das kann ich nicht zeigen, weil Reso. Das ist Wahnsinn, was die machen, wirklich. Ja, ich zeige das Geschnittene, das ganz normale. Boah, das ist zu, das ist hart. Das ist hart, wirklich. Ja, aber das Originale ist mit Blut, ne? Das ist schon ein bisschen heftiger. Ja, allein der Videos, ich kann mich ja noch erinnern, wo ich mir da vor Jahren mir den Beitrag von Reso angeschaut habe, da ich stand da wirklich mit offenem Mund, das ist heftig oder das? Ja, so ein hart vor Satanisten, die eben. Ja, ich habe mir auch das mit dem, Reso, ich habe mir mit dem Bruder Markus, habe ich mir die, die Antwort Videos auch noch mal ein bisschen durchschlüsselt, also noch ein bisschen genauer und habe mir da angeschaut, was in den Hintergrund beispielsweise an Wänden hängt, was für Botschaften, also was wir posten, was für Zeitschriften und da kommt auch sehr, sehr krankes Zeug raus. Oder reden da? Ich muss das ganz kurz zensieren, aber hier ist ein Baby hier drin, hier ist ein Baby drin, das habe ich jetzt zensiert, damit man mich nicht sperrt, siehst du? Häftig, ne? Was hat denn der für einen Hut am Kopf? Petrusanlänger. Das sind Katholiken. Bischof und die fünf Priester. Ja, das sind Katholiken. Die benutzen Petruskreuz, ne? Ja, ich finde es heute schade, dass viele in dieser Tradition auch gefangen sind. Ich bin ja selber ex-katholisch, kann man sagen. Meine Oma, meine Mutter, die sind ja alle noch Katholiken, also meine halbe Familie. Ja, ah, okay, interessant. Wie hast du es denn daraus geschafft? Also wie hast du es denn geschafft? Ja, guck mal, ich war vier Jahre, ich war sogar in einer katholischen Privatschule als Kind und in der Volksschule war ich vier Jahre im katholischen, im römisch-katholischen Unterricht und weil ich gedacht habe, dass die katholische Kirche die wahre Strömung des Glaubens ist, weil ich es als kleines Kind halt nicht besser wusste, bin ich logischerweise in den Atheismus gegangen, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Du musst es mal geben, ich war da vier Jahre drin im katholischen Unterricht, glaubst du, die haben mir gesagt, dass Jesus Gott ist? Das haben die mir nicht gesagt. Er hat mir nur erzählt, dass Gott irgendwann mal so aus dem Dornenbusch gesprochen hat und so. Und dann bin ich dementsprechend daraus rausgegangen, war lange artistisch unterwegs. Ja, die ist so, was die Katholiken veranstalten, das waren sogar abfällige Lisa. Ich bin aus einer Generation, alle Kinder, die mit mir im katholischen Unterricht waren, glaub es mir, jeder von denen ist wahrscheinlich ein Atheist geworden oder in Moskau. Ich weiß, dass jeder von denen. Das war dann, ich arbeite jetzt schon sehr, sehr gut durch diese Kirche. Ja, muss man leider so sagen. Wie man antwortet, die das 4 an, weil die Götter glauben, Satan plus Jesus. Du musst dir auch mal geben, wie krank das ist. Du gehst in den katholischen Unterricht in der Schule und in der nächsten Stunde hast du so Biologie und die sagen dir Urknall und dies, das. Muss es mal geben. Wahnsinn. Die katholische Kirche macht ja so langsam dieses New Age, so mischen alles in eins zusammen. Das gibt es über ein Video mit dem Parzum. Unser Bruder Kanye West in Ruhe. Könnt ihr aufhören, über unseren Bruder so zulässt, denn das geht doch nicht mehr klar. Seht ihr nicht, dass es das Petruskreuz ist? Warte, warte. Warum macht ihr das auch? Amir, Amir. Ich habe jetzt eine Überraschung. Ich muss jetzt was einmal machen. Seht ihr nicht, dass der Jesus Jesus sagt in seinen neuesten Videos man ist bekehrt, man. Das ist doch Wahnsinn. Mein Oma ist ja seit 50 Jahren oder 60 Jahren in der Kirche. Ich habe letztens mit der so ein bisschen geredet und die meinte, er ist gerade zu mir, es gibt viele Wege zu Gott. So die Hindus und so, die kommen auch ins Himmelreich, die Muslime. Da ist der Beste. Warte ganz kurz. Da fehlt noch was. Läser, guck dir den an. Das Wahnsinn. Warte, warte. Da fehlt noch was. Warte, warte. Warte auf dein Gesicht leben, Amir, wenn du live gehst.